Dann lasse ich die Rohstoffe einfach mal liegen und nehme einmal Holz mit. Weil wie gesagt, ich verbaue hier gerade Holz ohne Ende und bevor meine Welt irgendwann aussieht, als wäre da Karl Schmack gewesen, mache ich über die anderen Welten. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich mit der jetzt hier drauf haue. Wow! Jeweils zwei bis drei Stück auf einmal. Hier kriege ich die 100er Mal Folge definitiv voll. Aber ich habe noch kein abgestürztes Raumschiff gesehen. Ne, noch nicht. Mal gucken, auf der Karte, ich laufe hier mal am Strand lang. Hm? Eise Palme, ich dachte, da wäre irgendwas im Wasser. Hm. Nö. Was ist das denn? Also Iron. Weil ich mit einer Axt irgendwie Eisen abhauen kann, ist sowieso merkwürdig. Okay. Das heißt Gefahr da oben. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Das sieht jetzt nicht gerade angenehm aus. Die Totenkopfhöhle. Die Totenkopfhöhle. Hm. Okay. Ich werde jetzt immer gut. Ähm. Gut. Ähm. Schau mal. Mann! Okay. Irgendjemand beschießt mich hier. Da hinten. Da hinten der Typ vielleicht. Hallo. So. Dankeschön. Heidrank geht's immer gut. Ähm. Ähm. Was ist denn das hier, was es denn immer gibt? Ach, Korn sieht also. Ich dachte, hier wäre eine Truhe. Ich dachte, da wäre eine Truhe. Ist ja langweilig. Okay. Aber das ist mal ein schöner Ausblick. Stellt euch mal vor, wir hier in das Haus oben drauf sind. Erstmal mute. Da hochzukommen jetzt erstmal die Kunst für sich selber. Da oben ein Haus zu haben. Okay. Zwei Wasserfelder sind auch da. Na, ich gehe jetzt mal langsam zurück. Ich werde jetzt mal ein paar Bäume mitnehmen. Hallo. Mensch. Wie oft soll ich denn hier draufhauen? Und hier auch. Hier sind ein paar schöne Bäume. Die kann ich gleich mitnehmen. Ist ganz, ganz wichtig. Gut. Da ist noch was. Mal gucken, wie viele Bäume habe ich jetzt. Da. Das, was so kommt, nehme ich jetzt mal mit. Und dann hat sich das auch. Ist dann noch ein Loch im Berg? Ach nee, sah bloß aus. Mann. Deswegen würde ich jetzt diesen Gift schaden. Also, dass mir den Gift hochleveln. Mit mir sowas nicht passiert. Gut. Ich müsste aber nicht unbedingt beim Bienenstock an hier abbauen. Mann, ey. Ich kenne die mal auf den Nerven. Okay, hat das mit aufgehört. Mal gucken. Ja, da war ja dieses komische Ding. Hier ist das. Ähm. Hallo. Ey, ehrlich. Immer wenn ich nicht springen will. Was ist denn jetzt los? Ja, ich muss jetzt mal den Ton im Spiel ausschalten. Weil hier irgendwas nicht funktioniert. Ich werde das sowieso gleich mal testen. Ach. Das ist so ein Ding hier. Ähm. Nö. Habe ich ja keine Lust drauf. Cool. Ähm. Kann ich hier was verkaufen? Oh, nicht verkaufen. Wenn ich jetzt irgendwas verkaufe. Nö. Ich werde jetzt mal nichts machen hier. Aber. Es war schon mal cool zu wissen, dass es jetzt hier solche Möglichkeiten gibt. Es wird sowieso dunkel. Jetzt fahre ich. Jetzt gehe ich wirklich mal nach Hause. Im Dunkeln hat man ja nicht draußen mehr zu sein. Gerade nicht in einer fremden Welt. Und deswegen. Weg hier. 212. Oh, ist das schön. Und genug Holz habe ich jetzt auch. Genug Holz habe ich auch. Genug Holz habe ich auch. Und genug Holz habe ich auch. Holz vor der Hütte. Ja, ja, ja. Holz vor der Hütte. Komm ich jetzt mal irgendwann an hier. Verflucht nochmal. Komm. Boah, diese Ladezeiten sind immer köstlich bei dem Spiel. Und ich habe eigentlich schon einen guten Rechner. Ich sage mal. Was ist denn mal in die Richtung, wo ich will? In die Richtung, wo ich will? Was ist denn mal? In die andere Richtung. Meine Güte. Was soll denn das von Scheiß? Andere Richtung. Boah, leck mal am Arsch. So. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. So. Titanium. Dann wollen wir mal etwas weiter kochen. Maximal 27. Genau. Dann haben wir jetzt eigentlich irgendwas aufgefangen. In der Theorie. Die Knochen werde ich erstmal wieder absetzen. Steine. Hier Steine. Iron. Stone. Die können weg. Geht nicht. Okay. Aber warte mal. Ich habe hier noch eine andere Kiste mit Knochen. Sag mal. Gehst du mal? Was ist denn hier heute los? Ähm. Gut. Jetzt kann ich hier den Rest rein hauen. Hey Leute. Ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos.